In der Roten Ecke mit einem Gewicht von 65,5 Kilogramm und einer Niederlage vom Team Kalmar-Fightzone, Ausschrieben, Erik Rieberg. In der blauen Ecke mit einem Gewicht von 68,1 Kilogramm und fünf Siegen und drei Niederlagen und ein Unentschieden vom Team Bushido Academy aus Frankreich, Lora Randriana-Solo. Applaus 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 Lässt du mit der Kampagne, Läufe 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 Untertitelung. BR 2018 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 Stimmerteil Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Yeah. So note. Look. Ja, ja. 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 Ja, ja.